Back in the Sticks Dieses machen wir, denn Too Late, ein Four-Wall-Ike-Lens, 48 Counts. Wir beginnen mit dem rechten Fuß, setzen mit den Zeilen gleich nach vorne auf und mit und stoßen mit der Ferse, die mal am Boden hat. Insgesamt also dreimal und wird ein Stück nach vorne der Börde, sprich eins, zwei, drei. Das selbe mit links, nach vorne aufsetzen, auf den Zeilen, das ist die Eins, und dreimal mit den Ferse nach unten schlagen, zwei, drei. Das heißt, das Ganze noch einmal, nach vorne umsetzen, eins, zwei, drei, vier, mit links, fünf, sechs, sieben, acht. Um den Platz weiterzuleiten, drehen wir das Polizum und fange noch einmal mit der selben Figur an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann beginne ein Shuttle mit dem rechten Fuß nach vorne, rechts vor, links nach, rechts vor. Shuttle mit dem linken Fuß nach vorne, links vor, rechts nachziehen, links vor. Und ein Shuttle nach links, eine halbe Umdrehung, mit dem rechten Fuß beginnen. Also, gut Deutsch, drei Schritte am Platz mit einer Drehung. Handdrehen, eins, zwei, drei, drei. Dann noch ein Shuttle zurück mit dem linken Fuß, links zurück, rechts nachziehen, links zurück. Und dann überkreuzt vorne der rechte Fuß, den linken Fuß. Und man nimmt in vier Schritten, eins, zwei, drei, vier. Also, wir lassen auch links, rechts, links, rechts, links. Aus dieser Bewegung heraus machen wir einen Shuttle nach rechts. Mit dem rechten Fuß beginnend. Rechte Fuß nach rechts, links nachziehen, rechte Fuß nach rechts. Und der linke Fuß überkreuzt vorne den rechten Fuß. Und dasselbe wie vorher. Linke Fuß belasten, rechte Fuß belasten, linke Fuß belasten, rechte Fuß belasten. Dann wieder ein Shuttle nach links mit dem linken Fuß beginnen. Und dabei eine Viertelbewegung nach links machen. Eins und zwei. Der rechte Fuß wird auf den Zellen aufgesetzt. Abrollen. Linken Fuß auf den Zellen aufgesetzt. Abrollen. Dann mit dem rechten Fuß einen kleinen Schritt nach vorne. Eine Viertelbewegung nach links. Rechte Fuß einen kleinen Schritt nach vorne. Eine Viertelbewegung nach links. Und dann mit dem rechten Fuß einen Skab durchziehen. Ein Skab, alle bekannt. Einfach wie ein Stampfkick schleifen über den Boden. Absetzen. Und das selbe mit links. Ein Stampfkick nach vorne. Absetzen. Schnell mit dem rechten Fuß. Dann mit dem rechten Fuß leicht diagonal nach rechts laufen. Schritt vor, rechts nach. Schritt vor. Skab mit links. Und was Sie eigentlich rütteln, drehen und nach links machen. Links vor. Rechts nach. Links vor. Ich mache das jetzt noch einmal. Und noch einmal von vorne. In der einzelnen Schnellschwitterklärung. Beginnen mit dem Rücken zur Kamera. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Rechter Schub, linker Schub, drehen Schub, Schub zurück. In die Weg. Eins, zwei, drei, vier. Schub nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Schub nach links mit der Viertelbewegung. Eins, zwei, drei, vier. Dann Viertel links. Viertel links. Skab mit rechts. Skab mit links. Rechts vor. Links nach rechts vor. Links vor. Rechts nach links vor. Und damit geht das Ganze auch von vorne. Und damit mache ich das Ganze jetzt komplett in der Zeltbord. Und los geht's mit dem rechten Fuß. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, sieben, acht. So, das war jetzt gleich und jetzt natürlich noch mit Musik. So, das war jetzt. So, das war jetzt.